In meinen Büchern geht es immer um die Liebe, das Leben und den Tod und wir sind irgendwo in Graubönden in einem kleinen Dorf, an einem Kiosk mit der Margret und der Rosa Maria. Sie schliessen am Morgen den Kiosk auf und währenddem erzählen sich viele Geschichten aus dem Tal und aus den letzten 51 Jahren, denn seit 51 Jahren, seit 1969, betreiben wir diesen Kiosk in diesem Dorf in Graubönden. Ja, wir sind in diesem kleinen Dorf in Graubönden, das Dorf heisst Tavanasa. Dort bin ich aufgewachsen und an diesem Kiosk, wo das Buch spielt, bin ich als Kind oder meine ganze Schulzeit über viermal pro Tag vorbeigegangen, um in die Schule zu gehen. Und der Kiosk, das war immer der große Versuchung und jetzt habe ich diesen Kiosk zum Schauplatz von meinem Roba gemacht. Ich habe von der Nominierung über meinen Verlag erfahren und für mich natürlich eine riesige Freude, dass Goldene Jahre für den Deutschen Buchpreis nominiert ist. Das ist ganz, ganz großartig. Auf zum Mond, sagt die Margret und dreht den Schalter. Die gelbe Leuchttereklame auf dem Dach vom Kiosk geht an. Sie tritt zur Tür vom Kiosk raus und schaut zur Leuchttereklame hoch. Eine Freude ist das, wie schön sie leuchtet. Sie lächelt. Da geht einem gerade das Herz auf, wenn wir am Morgen die gelbe Leuchttereklame einschalten, in aller Herrgottsfrühe, wenn auch die letzten Sterne im Himmel sind. Und bald wird es hell, sagt sie und geht ein paar Schritte bis zur Strasse und dreht sich zum Kiosk. Bereits von Weitem sieht man sie, die schöne Reklame. So wissen die Leute, dass wir hier sind und offen haben. Sobald das Licht auf dem Dach angeht, geht auch das Leben im Dorf an. Das ist wie der Hauptschalter.